Was Sie unbedingt zur DIN 18 534 wissen müssen. Die DIN 18 534 gilt seit Sommer 2017. Alle am Gewerk Beteiligten, Sie als Installateur, der Fliesenleger und auch der Fachplaner sind gemeinsam für eine sichere, aber auch dauerhafte Abdichtung verantwortlich. Dauerhaft bedeutet, die Abdichtung muss über den gesamten Nutzungszeitraum gewährleistet sein. Silikon ist keine Abdichtung im Sinne der DIN. Silikon ist eine Wartungsfuge, die darauf wartet, dass sie gewartet wird. Leitungen unterhalb der Wanne sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Das bedeutet, es dürfen nur die Leitungen vorhanden sein, die direkt mit der Wanne in Verbindung stehen. Eine Verwendung eines Schnittschutzwands ist in der DIN nicht zwingend vorgesehen, jedoch empfiehlt es sich, Schnittschutzbänder zu verwenden. Die Wannendichtbänder müssen nicht nach ABP geprüft sein, allerdings muss gewährleistet sein, dass diese sicher und vor allem dauerhaft in die Verbundabdichtung mit eingearbeitet werden. In der Summe bedeutet es für Sie, verwenden Sie MEPA Aquaproof und das dazugehörige Schnittschutzband und Sie sind auf alle Fälle auf der sicheren Seite.